und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft! Mit dem Kubus! Und dem Schnittchen! Äh, lass! Holla die Waldfee wieder mal! Ja, oder so! Schubli bubli bub! Es gibt News, News, News! Ja, ja, ja. Also da wir ja, oder ja, da wir schon öfters die, öfters, öfter, öfter, mehrzahl öfter, die Anfrage hatten, ob wir unsere Welt hier mal zum Download freigeben, haben wir uns dazu entschlossen, das jetzt mal zu machen. Also ab der heutigen Folge ist unten in der Beschreibung ein Link drin, wo ihr die Welt hier von uns downloaden könnt. Da könnt ihr dann ein bisschen dran rumkaspern. Ja, und am besten wäre noch, also wenn ihr euch die runterladet, ja, dann hätte ich gerne vielleicht mal den ein oder anderen Screenshot oder so, was ihr da so veranstalten tutetet. Ja, das wäre, oh ja, das wäre schön. Das wäre ganz cool. Genau, das wäre cool, was ihr dann so da rausmacht. Ja, so Gartenmassaker. Gartenmassaker! Oder, keine Ahnung, was euch gerade so einfällt. Genau, genau, das ist eine gute Idee. Oder Verbesserungsvorschläge, die ihr uns dann dementsprechend zeigen könnt. Vielleicht haben wir ja das ein oder andere, was man übernehmen kann. Mal gucken. Euch wird schon was einfallen. Genau, das... Ist natürlich kein Muss, ist nur ein Vorschlag. Aber wir würden uns darüber freuen, wenn wir da irgendwas zugesendet, geschickt, gemailt oder sonstiges bekommen. Ja, das wäre schon ganz cool. Genau, das wäre richtig schön. So, jetzt haue ich erstmal hier die letzten Bäumchen um. Und dann werden wir mal gucken. Ja, was gucken wir denn? Oh, da hängt... Da schwebt ein Baum in der Luft. Nein! Ich glaube, den hat der Creeper beim letzten Mal gekillt. Ja, das ist durchaus möglich. Der kleine Sack. Ich werde jetzt mal mir einen Crafting Table suchen. Der ist doch hier. Ja. Ja, einer im Garten wäre auch nicht verkehrt, glaube ich. Ich muss gegen die Sonne arbeiten. Das ist total scheiße. Wie wäre es mit Sunglasses? Oh yes, das wäre jetzt very nice. Das wäre so schön. Nein, aber... So, also ich mache jetzt hier mal ein paar Strohballen. Sieben Stück hätte ich dann schon mal. Sieben Stück? Soll ich noch mehr machen, oder? Äh... So für über den Stall als Verzierung. Ja, gute Idee. Meinst du, sieben reichen? Sieben? Ja. Wo soll ich noch mehr machen? Ich glaube, mehr... Pass auf, ich stelle dir jetzt einfach mal da oben rein und dann mal gucken. Was mache ich mit dem Rest? Wehe ich nicht. Das Weizens. Hohohoho. Mal schauen, dass mir schon irgendwas einfallen. Ich pflanze gerade Bäume. Was, du pflanzt gerade Bäume? Ich pflanze Bäume, ja. Weil ich habe mir überlegt, ich habe so viele Dinger hier. Und du so viele Dinger? Ich habe so viele Dinger. Und dann ganz sicher. Was? Nichts. Ist schon okay. Passt jetzt auf wieder, was du sagst, du kleines Immer. Oh, da sind schon wieder... Oh, ich habe schon wieder neue Sprösslinge. Oh, das geht gar nicht. Guck mal, das schwebt. Was schwebt? Hm, ja, weil ich doch Slaps benutze. Slaps genommen, da musst du ja noch einen Slap druntersetzen. Ja, das ist ja kein Problem, das kriegen wir schon hin. Das sieht aber cool aus. Ey, schwebende, da mach doch einfach da... Ja, habe ich doch schon. Guckst du. Guckst du, guckst du, cool. Ja, schön. Das sieht gut aus. Da kannst du nur nicht mehr hingehen, ne? Doch, man kann dahinter... Okay, bei mir wird es dunkel. Bei dir auch? Ähm, noch nicht, aber... Es kann nicht lange dauern. Ja. Wird immer hinterher. Oh, Zombies. Oh, Klong. Zombies. So, guck mal. Eine Reihe Stroh haben wir schon mal. Ja? Ja. Okay. Soll ich das andere auch alles noch? Ja, mach mal. Mit Stroh bestücken? So, was haben wir denn hier? Da muss ich doch noch ein paar Strohballen machen. Zack. Und neun Weizen muss ich pflanzen. Zack. Ich hoffe jetzt mal, dass das reicht. Ja. Hallöchen! Hallöchen, Popöchen. Und Tschüssi, Kowski. So, ich gehe jetzt mal wieder hier an mein Dach. Ja, machen Sie da mal. Ich möchte das nämlich heute noch fertig bekommen. Wow. So. Das ist ja voll krass hier, dieses Dach. Und noch mal sieben Strohballen. Ich glaube, ich werde das nicht fertig bekommen. Nein? Nein, weil ich wieder zu wenig Holz habe. Ja. Du nimmst ja auch immer Klamotten vor, du. Nee, ich bin zu knauserig, da mehr zu machen. Oder so. Ah, der Kubus ist ein klein Schotte. Ja, genau. Mr. Skinflint. Mr. Skinflint, richtig. Eigentlich bist du sogar für die Schotten schon wieder viel zu geizig, ne? Ja. Ich würde noch nicht mal zum Rock anziehen. Ich stelle mir das jetzt nicht vor. Das kannst du aber ruhig. Nee, ich will das auch gar nicht. Bitte. Danke. Au. Au. So, ich bereite das hier schon mal vor. Und dann müsste ich jetzt noch das nächste Mal irgendwelche Monster hier in der Nähe? Ja, irgendwas ist hier. Ich höre es wieder. Mäh. Schau, das Schaf ist auch da. Ich wollte gerade sagen, das ist aber ein merkwürdiges Monster, was du da hörst. Wenn es mäht, ist es keinens. Nee, könnte es auch du sein, ne? Kannst du doch fast so sachseitig machen. Ach, da hinten bist du ja. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Nein, das ist doch heute wieder lustig. Ja, ich... Ah, Zombie... Oh, hier ist eine Zombie-Armee und eine Creeper-Armee und... Oh, nee, warte. Das ist nicht gut. Ich komme dir mal zur Hilfe. Ja, ich glaube, ich brauche Hilfe. Glauben. Boah, vier. Vier, vier Stück. Weißt du, warum ich dich erkenne? Was denn? An den Stiefeln erkenne ich dich. So, ich kille dich. Und ja, unsere Rattis. Oh, pass auf, auf den Creeper auf. Oh, ha, ha. Das ist mal cool daneben geschossen. Hehe. So, der ist tot, der alte Sack. Oh, da hinten ist noch ein... Der steht an meinem Garten. Alter, mach dich vom Acker. Jetzt bist du Geschichte. Ha. Ey, das war ein guter Schuss. Danke. Von dir aber auch. Da, die Erfahrungspunkte sind deine. Danke. Nein, nimm ruhig. Echt? Wie viel hast du mittlerweile wieder? 32. Oh, dann hast du einen mehr als ich. Echt? Dann will ich die doch haben. Gib wieder. Gib zurück. Los. Nee, jetzt kann ich die nicht wiedergeben. Ach, mir juckt die Nase. Ich glaube, ich kriege heute noch einen drauf. Das ist durchaus denkbar. Oder ich werde krank. Ähm, ach so, weißt du, was ich unbedingt bauen wollte? Nee. Wir werden uns eine Monsterfalle bauen. Richtig, stimmt. Wo die ganzen Spacken reinfallen. Was hattest du erwähnt? Wie baut man sowas? Ja, ähm, wir machen eine ganz einfache. Meinst du, ich kann jetzt weiter Weizen anbauen gehen, ähm, weil ich brauche ja noch was für noch mehr Stroh? Äh, ja, mach doch mal. Mach mal einfach. Ich traue mich ehrlich irgendwie nicht. Wieso? Ich komme. Ich komme dir zur Hilfe. Fürs Anpflanzen? Oh, guck mal. Da ist ein Strohballen falsch rum. Wieso? Geh doch einfach da hoch. Wenn da hier vorne was hinkommt, äh, an deinen Garten. Ich, 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 ich will ja in den Garten, genau. So, die Wolle können wir gebrauchen. So, die sieht ja voll lustig aus. Alter, ich kann schon wieder nichts mitnehmen. Ja, dann gib mir die Wolle. Danke. Ja, du die mit, genau. Pflanz mal an. Wie sieht's denn aus? Episch. Episch. Voll cool. So, weg mit der Wolle. Boah, ist ja um alles zugezimmert. Ja, aber nur vorne an. Was machen eigentlich unsere Hühner? Ja, wir bräuchten eigentlich... Oh, die legen Eier. Ja, cool, ne? Warte, ich hab noch was zu futtern für die. Komm her. Ja, bräuchten eigentlich noch Nachschub. So. Ja, warte, das... Aber wir haben schon vier Hühner. Nein, nein, ich mein nicht an Hühnern, sondern vielleicht Schafe. Schafe, nee, Schafe. Kühe wären cool. Wieso, nee? Ja, Kühe find's hier nicht. Hast du selber zu mir gesagt. Nein, ich mein Schafe wegen der Wolle. Ja. Dann brauchen wir nicht immer jagen gehen. Ja, das stimmt schon. Man muss auch praktisch denken, junger Mann. So, ich geh jetzt mal eben die Hühner füttern. Warte mal. Und dann mach ich das Dach aber endlich fertig. Dann können die nämlich jetzt hier wieder rumöckeln. Oh, was? Die öckeln jetzt wieder, pass auf. Hast du das jetzt tatsächlich gesagt? Siehste? 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 Ja, und da sind schon die ersten Babys. Ja, was ist das hier geil? Komm, dann nicht erst Eier und dann Babys. Nein, wir haben hier die Zuchtfarm, Kubus und Schnittchen. Küken. Also, ich züchte nicht. Also, hier ist tote Hose im Moment. Ich glaube, das war die... Ja, leck mich doch. Was sind denn das für eine Eisenhacke? Ich schlag weg und zack, wächst schon wieder was Neues. So, ich komme mal hier runter. Hallo. Hallöchen, Popöchen. Was machen Sie da, junge Frau? Ich sehe Sie. Das geht Sie gar nichts an. Okay. Ich pflanze Weizen, habe ich doch gesagt, du Knallkopf. Ich pflanze jetzt Dächer. Was, Dächer? Ja, ich mache jetzt mein Dach fertig, damit das Haus hier mal so weit fertig ist. Ja, mach mal, mach mal. Ja, wenn irgendwas ist, schreie ich. Mhm. Aber bitte nicht so laut, ja? Ja, ich gebe mir Mühe, okay? Okay, das ist ein Wort. Ich bin ja kein Weichei. Nein. Nein. Jetzt hoffe ich, dass das reicht. Ich glaube, ich habe schon wieder zu wenig Stufen gemacht. Na toll. Achso, ja stimmt. Holz brauchst du, ne? Ich habe ja Holz. Aber ich habe zu wenig Gedrehtens hier gemacht. Ja, ich habe nur noch vier Stück und das wird wieder nicht reichen. Ja, dann musst du beim nächsten Mal vorsorgen und mehr machen. Oh, einer fehlt mir. Na toll. Was machen wir mit dem Zuckerrohr? Mit dem Zuckerrohr? Weiß ich nicht. Kann man Zucker draus machen und dann können wir rein theoretisch einen Kuchen backen, oder? Ja, das könnten wir. Das könnten wir. So, ich gucke nochmal eben. Es ist nichts im Anmarsch. Ich gehe mal eben schnell noch mehr eine Stufe machen. Warte mal, wie viel? Ach, guck mal, ich habe noch ganz viel Weizenkörner. Alter, da kann ich dich mit tot schlagen. Ne, mach das nicht. Das tut mir auch weh. Ja, ehrlich. Tatsache. Tatsache. Obwohl, wenn du tot bist, merkst du das nicht mehr. Doch. Doch. Turmst du da hinten am Brunnen rum? Ich? Ja. Achso, okay. Warum wolltest du mich abschießen, oder was? Nein. Hier traue ich alles zu. Ich habe nur, ja, danke. Bitte. Ich habe nur einen Schatten gesehen und habe gedacht, hm, ob mich da jetzt vielleicht noch jemand besuchen kommt. Nein, 40 Stück habe ich noch. Aber wenn es nur der Kubus ist. Das ist nur der Kubus. So, jetzt machen wir mal. Ja, ich mache das jetzt hier oben zu. Wir machen jetzt ein Flachdach. Ja. Ich glaube, ich brauche eine neue Eisenhacke, wenn das so weitergeht. Oh, oh. Warum eine Eisenhacke? Mach dir doch eine, eine Dingsgebumsen. Eine, äh... Meinst du aus Diamant? Ja, selbstverständlich. Vielleicht verzauber ich die auch. Äh, scheiße. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Was? Verzaubern. Mal gucken, wie lange die jetzt noch hält. Dass ich den ganzen Weizen noch fertig kriege. So. Und dann bin ich glücklich. Ich habe das Haus fertig. Das ist gut. Ja, finde ich auch. Das hast du super gemacht. Oh, ich bin voll abgestürzt. Das wiederum finde ich nicht so gut. So, damit wäre das erste Haus hier schon mal fertig. Dann wird unsere... Oh, scheiße. Da wird unsere Scheiße. Da wird unsere Scheiße. Da wird unsere Scheiße auch mal fertig, ne? Die Kartoffeln müsste ich... Nein, 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 nein. Ich brauche Hilfe, Hilfe. Ja, ich komme. Was brauche ich? Warte, warte. Einen Bogen? Wow, das war echt knapp. Hier sind ganz viele Krippers. Was? Hier hinten. Was wird hell? Dann sterben die gleich. Ja, hinten. Die Kripper sterben nicht, wenn es hell wird. Oh. Au. Wo blöbst du mir denn in den Pfeil rein? Hauptsache du hast Spaß. Ja, geil. Jetzt geh doch weg hier. Nein, das sind jetzt meine Punkte. So, jetzt da ist noch einer. Und noch einer. Alter. So, tot ist er. Ich weiß es noch nicht. Also ich kann keinen mehr sehen von den Spacken. Kommt hier, ihr Spacken. Da hinten ist noch ein Zombie. Wo? Aber der brennt gleich. Lass ihn brennen. Wo ist er denn? Da oben. Hä? Wo ist er denn jetzt? Der ist wahrscheinlich irgendwo in ein Loch geplumpst. Und irgendwas höre ich noch. Hörst du das hier Klappe auch? Ich glaube hier ist irgendwo ein Skelett in der Nähe. Hier ist eine Spinne. Das Haus ist schön geworden. Ja. Ja, ich muss jetzt mal dem kleinen Kubus ein Lob aussprechen. Das hast du gut gemacht. Oh, guck mal, hör mal. Guck mal, hör mal. Was liest du? Ich habe gerade eine super Musik im Hintergrund am Laufen. Guck mal, hör mal. Ja, tut mir leid. Ich habe gerade andere. Ja, du hast andere Musik auf dem Ohr, ne? Andere Lauscher, genau. Ich habe die Titelmelodie aus Unturned. Oh, wie cool. Ja, voll geil. Hast du eine neue Playlist gemacht? Ne, ich habe eine alte mal genommen, weil ich nicht mal dieselbe Musik nehmen wollte. Aha. Und, ähm, cool. Na, cool. Voll geiles Lied und geiles Spiel. Warte mal, habe ich nicht noch Knochenmehl? Ich muss, weißt du, was ich noch machen muss, Schatzi? Ne, was denn, Hasi? Mäuschen, Hasenzähnchen. Ich muss vom Schleimscheißer. Ich muss gleich aufpassen, wenn ich vom Schreibtischstuhl hier aufstehe, dass ich nicht auf meine eigenen Schleimspur ausrutsche. Nein, ich brauche dringend. Ja. Aber wirklich dringendst. Sag es mir. Kies. Schon wieder? Ja. Ja, das ist ja noch nicht alles hier so, wie ich das haben will. Ich muss auch hier noch die ganzen Bäume wegballern. Okay. Und ich will ja hier weiter Häuser noch bauen, damit die Stadt auch richtig schön groß wird. Die muss richtig groß sein. Ne? Okay. Und ich finde das scheiße, dass ich keinen Kies mehr habe. Und ich weiß aber im Moment auch nicht... Warte, ich könnte mir mal meine Map anmachen, ne? So, das an. Könntest du machen, ne? Boah, guck mal hier auf meine Seite. Guck mal. So, wo bist denn du? Guck mal. Warte, ich... Wo denn? Hier, guck mal zu mir auf meinen Monitor. Ach so. Da ist unsere Welt. Guck mal. Wow, die Kirche sieht ja stark aus. Und ein Brunnen. So, wir müssen irgendwo hin, wo Wasser ist. Wasser. Oh, von da aus gesehen wüsste ich jetzt gerade... Doch, darüber müssten wir eigentlich. Ja, ne? Da war irgendwo das Meer. Aber ich werde jetzt erstmal... Guck mal auf meinen Monitor. Ein Zombie. Es ist hell. Mach den Tor. Ja, jetzt nicht mehr. Der war nicht in der Sonne, deswegen hat er überlebt. Na, du Blödi. Bitte im Schein rumgelaufen. Du kleiner Spacko. Spacko. Jetzt bist du tot. Das ist ein Horst gewesen. So, ich packe mal alles weg, was ich nicht brauche. So, was kann man aus Möhren noch machen? Oder mit Möhren? Mit Möhren? Mhm. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Und wie schaut's aus? Ich brauche eine neue Schippe. Warte mal. Ich brauche eine Schippe. Ja, warte mal. Ich gucke. Ich habe nur eine. Ja, ich mache mir noch eben eine. Okay, selber eine. Ich mache mir jetzt auch eine. Und dann werde ich in der nächsten Folge erstmal Kies holen gehen. Okay. Also ich werde dann jetzt, ähm, in der Folge jetzt nicht mehr so viele Möhren anbauen, wenn wir damit nicht so viel anfangen können. Warte mal, ich gucke mal. Oh, Alter, habe ich viele. Oh, wir haben ein Smaragd. Wow. Möhren geben aber auch gut Energie, sehe ich gerade. Ja. Ja. Okay. Okay, werde ich doch wieder mit anbauen. Warte, für eine Schippe bräuchte ich einen, ne? Einen, einen Diamant. Okay. Hm. Dann guck ich mal, was ich alles so... Hast du jetzt ganz viele Möhren, oder wie? Ja. Aber ich werde gleich wieder welche pflanzen. So viele wie möglich hier. So. Weil Foodtour kann man ja immer gebrauchen, ne? Ja, das stimmt. Äh, so. Ich höre wieder diesen Spackenzombie hier unter uns, ey. Oh, was ist das für ein Kaffee? Ich glaube, ich muss hier unbedingt mal in die Höhle reingehen, dann haue ich den vom Kopf. Ja, sollen wir vielleicht beim nächsten Mal ein Loch buddeln? Ganz todesmutig. Ja, das wäre eine gute Idee. Und dann machen wir die alle platt unter uns. So, jetzt habe ich... So, ich habe Weizen, Kartoffeln und Möhren abgeerntet. Das hast du schön. Möchtest du vielleicht ein paar Möhren abhaben? Äh, ja, ich hole mir die ab. Ich hatte 47 Stück. Dann machen wir auch Schluss, warte, ich gehe mal eben meine Schippe verzaubern. Okay, ich bin beim Bäcker. Wut. Wenn du mich suchst, ich muss nämlich mal an den Ofen. Ich bin in der Kirche. Für die Kartoffeln. Ich bin in der Kirche. Und mache ich Ofen und Kartoffeln raus. Zack. Gut. Oh, Effizienz. Zwei habe ich bekommen. Auf die Schippe. Wow. Alter, ist das cool. So, warte, ich komme jetzt eben noch zu dir. Wo bist du? Die Möhren kann man nicht in den Ofen tun. Immer noch beim Bäcker. Nein, die kannst du nicht in den Ofen tun. Dann gib mir die mal. Warte, ich komme zu dir zum Bäcker und dann machen wir auch die Folge Schlussi, Schlussi. Komm rein. Oh, da liegen die Möhren. Flütsch habe ich. Lecker, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Okay, dann würde ich sagen, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Ja. Viel Spaß beim Downloaden und beim Spielen in unserer Welt. Jo. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Minecraft wieder. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Nein, Würsing. Würsing. Weißkohl, Grünkohl. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge.